Oberhalb der Schönermann-Alpe über eine schöne Wiese mit leider noch zu wenig Schnee in einer alten Schneeschuhspur zu Fuß Richtung Schönermann. Richtung Gipfel vom schönen Mann auf einer Ski- und Schneeschuhspur durch den Winterwald. Wild romantisch einsam Ski. Ski, 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 Ski. Und hinauf zum schönen Mann. Ein etwas diesiger Ausblick vom schönen Mann. Auf der anderen Seite gehen wir jetzt wieder hinunter und machen eine schöne Rundtour. Hier oben wird es zum Skifahren ein bisschen gehen, aber richtig schön ist es auch hier oben noch nicht. Dabei hat noch 30-40 cm Neuschnee. So. Dann schauen wir da hinunter. Da unten sehen wir dann schon wieder die Ebene. Der Abstieg vom schönen Mann. Dann sind wir wieder auf dem Forstweg. Dann gehen wir ein Stück weiter und unsere schöne Rundtour zumachen. Ameln.